Was bringst du mit, du andere Mensch? Der Hand dabei. Vielseitigkeit einfach. Ein Bildungsaspekt. Eine Lesung. Hörenden Eltern und deren hörenden Babys und Kleinkindern Gebärdensprache beizubringen. Alle gehören dazu, so wie sie einfach nun mal sind. Mein Name ist Sebastian Vogel. Ich bin Projektleiter für das Projekt Erwachsenenbildung barrierefrei auf dem Weg zur Volkshochschule für alle im Dreisamthal. Wir qualifizieren Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen zu Kursleiterinnen und Kursleitern der Volkshochschule im Dreisamthal. Das bedeutet, dass wir Dozierende haben, die Beeinträchtigungen haben, aber eben Experte, Expertin sind für eins ihrer Fachgebiete und sozusagen ihr Handwerk, ihr Wissen weitergeben an alle anderen. Ich bin Katrin Kreuzburg und Leiterin der Volkshochschule Dreisamthal. Ich heiße Isabel Henneth und ich komme aus Freiburg im Breisgau. Ich arbeite bei der Caritas und flechte Stühle. Man braucht Kraft, aber man muss auch sehr vorsichtig arbeiten. Es ordnet auch so das Gedächtnis. Ich mache hier mit bei der Qualifizierung, weil es mir Spaß macht, Leuten was beizubringen. Ich finde es dann schön, wenn die einfach was verstehen und wenn die das dann umsetzen können und wenn die mich dann auch nicht mehr brauchen. Wir bieten den Teilnehmern verschiedene Module an. Dazu gehört Rhetorik, Stressmanagement, Präsentation, Auftrittskompetenzen. Wie gehe ich überhaupt an meinen Kurs heran? Was muss ich im Vorfeld bedenken? An dem Kurs gefällt mir besonders gut das regelmäßige Treffen innerhalb der Gruppe, die unterschiedlichen Sachen, die wir einfach lernen und dass wir auch unsere eigenen Sachen einbringen können. Ich schreibe schon seit jugendlicher Gedichte. Mein Name ist Jürgen Heider, ich wohne in Freiburg. Ich habe den Schwerpunkt Vorträge zu halten. Wenn da zehn Leute sitzen und die haben das verstanden, dann hast du alles richtig gemacht. Mein Name ist Stefanie Mündel-Möhr. Ich bin geboren in Kanada und da auch aufgewachsen. Dann nach Deutschland gezogen und wohne jetzt in der Nähe in Oberried, hier in der Nähe von Kirchsharten. Mein Wunsch und Ziel besteht darin, hörenden Eltern und deren hörenden Babys und Kleinkindern Gebärdensprache beizubringen. Denn Babys können durchaus schon gebärden, bevor sie mit dem Sprechen beginnen. Wir fragen dann nicht praktisch, geht das, geht das nicht, sondern wir gehen davon aus, es geht. Wir schauen, dass eben alles da ist, räumlich oder auch technisch, damit es eben gelingt. Und sie auch sich so wohl und sicher fühlt, damit sie dann als Kursleiterin diesen Kurs auch umsetzen kann. Wir können unsere Fähigkeiten zeigen. Auch da, wo bei vielen Lehrenden noch andere Meinungen bestehen, können wir beweisen, dass wir alles schaffen können. Ich bin Daniela Zoller und ich komme ins Ending. Ich habe mit elf angefangen mit Klöppeln. Das ist ein Handwerk, wie Stricke und Häkle, nur ein wenig feiner. Also man kann mit Macher, Tickele oder Spitze. Ich möchte gerne das weitergeben. Ich würde sagen, alle regionalen Player profitieren von diesem Projekt. Die Teilnehmenden, die beteiligten Institutionen, also Hofgut Himmelreich, Volkshochschule Dreisamtal, die jetzigen Dozenten der Volkshochschule Dreisamtal und die Bürger und Bürgerinnen des Dreisamtals. Der Kurs bringt mir persönlich auch was. Zum Beispiel, dass ich andere Leute kennenlerne und es macht Spaß. Außerdem kriege ich gute Ideen für meinen Kurs. Das Ziel dieser Kurse ist, die Teilnehmenden in ihrer Selbstkompetenz zu stärken, damit sie als Kursleitende wettbewerbsfähig werden. Damit ist eigentlich der Mehrwert für alle schon gesagt. Das Projekt hat gesellschaftliche Relevanz, weil wir als Volkshochschule mit dem Hofgut Himmelreich jetzt einfach was ausprobieren, was meines Wissens noch keine andere Volkshochschule in ganz Deutschland ausprobiert hat. Also es ist wirklich ein Modellprojekt. Hier wird der Horizont erweitert, auch im sozialen Bereich. Das Projekt hat gesellschaftliche Relevanz, die wir als Volkshochschule in ganz Deutschland ausprobieren.